Teppich fliegen Teppich fliegen Das ist logisch, hochprozentig ökologisch Macht nicht Lärm und nicht Gestank Braucht nicht Motor oder Tank Auch nicht Bunker, Rät und Tower Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer Heißer durch die Wolken rauschen Mit keinem Flugzeug würd ich tauschen Bringt mich zu meiner Soraya Dann bis bald, ich bin schon da Teppich fliegen, das ist logisch Hochprozentig ökologisch Macht nicht Lärm und nicht Gestank Braucht nicht Motor oder Tank Auch nicht Bunker, Rät und Tower Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer Teppich fliegen, das ist logisch Hochprozentig ökologisch Macht nicht Lärm und nicht Gestank Braucht nicht Motor oder Tank Auch nicht Bunker, Rät und Tower Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer Tja, schlauer wär das schon